Ja, diese Persönlichkeit, die ist erstmal gerade ziemlich aufgeregt. Ja, ich möchte sie mitnehmen und in diese Erfahrungswelt, die ich erlebt habe, jetzt in den letzten sechs Monaten bei Phoenix Contact und das Thema heißt ja, Cutter in der vollautomatisierten Montagebereich, gute Coaches als Erfolgsfaktor und tatsächlich hat mich das eine schlaflose Nacht gekostet und zwar die Nacht, bevor der Herr Aulinger das erste Mal bei uns aufgeschlagen ist. Da habe ich mir wirklich gedacht, das ist ja ganz anders als bei Ihnen. Wir haben ja ganz spezielle Produkte und wir haben ganz spezielle Montagebetriebsmittel. Unsere Prozesse sind speziell, die Kunden sind speziell. Und da habe ich wirklich, das ist jetzt kein Joke, da habe ich wirklich fast eine Nacht nicht geschlafen und habe gedacht, ob Cutter bei mir passen wird, bei uns im Werk. Das wird schon, das wird bestimmt echt, also ich bin gespannt gewesen. Und ich kann Sie beruhigen, das hat glaube ich keine Woche gedauert, da war dieses Thema, passt das zu uns, gar keine Frage mehr. Als wir losgegangen sind, haben wir sofort gemerkt, das ist genau das Ding, was zu uns passt. Und solange wir sie mit Mitarbeitern und Prozessen, die noch nicht optimal laufen, zu tun haben, solange ist Cutter garantiert das Richtige. Ich habe zwei Schwerpunkte in diesem Vortrag hier. Das ist zum einen mal die Vorbereitung des Umfelds. Bevor es losgeht, was kann man tun, um Leute, um Umfeld, Mitarbeiter, Führungskräfte, wirklich auf dieses Thema einzustimmen. Da sagt der Haulinger, das hat relativ gut funktioniert. Ich habe da ehrlich gesagt wenig Lernerfahrung, weil das hat einfach so funktioniert, wie wir es gemacht haben. Da nehme ich Sie mit, das würde ich Ihnen gerne nochmal erzählen, was wir getan haben. Vielleicht können Sie da irgendwie von profitieren. Wo wir dann richtig was gelernt haben, das ist der Schwerpunkt, das ist der zweite Punkt. Da geht es dann darum, wie ist die schnellste Art, gute Coaches zu entwickeln, weil wir haben natürlich ein Interesse, jetzt möglichst schnell loslegen zu können. Und Sie kennen alle die Hürden, Sie müssen erstmal 100 Trainingscoachings machen. Sie müssen das in Vierergruppen machen. Und da müssen wir viel Geduld aufbringen, um da wirklich loslegen zu können. Da war man interessiert, das möglichst schnell zu machen. Okay, ganz kurz die Vorstellung der Firma, dass Sie wissen, vor welchem Hintergrund sich da meine Erfahrungen abgespielt haben. Das ist das Headquarter von Phoenix Contact in Blomberg, in Nordrhein-Westfalen da oben. Und das ist ein älteres Unternehmen, aber dynamisch geblieben erfolgreich. Inhaber geführt, ganz wichtig. Und es hat sich für mich dadurch ausgezeichnet, dass es Führungskräften sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum gibt. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum wir Cutter nicht als Top-Down machen, vom Top-Management runter, sondern wir sind mittendrin angefangen. Ja, und es funktioniert sehr gut. Das ganz kurz, das ist die Historie der letzten zehn Jahre. Da möchte ich nicht mit angeben, aber natürlich haben wir uns über ein Wachstum in dieser Form gefreut. Und auch über das entsprechende Personalwachstum dazu, um das alles realisieren zu können. Aber wenn Sie diese Historie haben, dann haben Sie einfach ein Thema, an dem Sie nicht vorbeikommen. Und das ist das ganze Thema Prozessstabilität. Sie haben dann viele Dinge schnell aus dem Boden gestampft, wenn Sie mit mehr als zehn Prozent wachsen pro Jahr. Aber Sie merken dann einfach, irgendwann holt Sie dieses Thema ein. Sie müssen Ihre Prozesse in den Griff kriegen. Ansonsten machen Sie irgendwann eine Bauchlandung. Und das ist der Grund, warum wir mit der Cutter gestartet sind. Das Produkt, das sind die Stecker, von denen heute schon morgen an verschiedenen Stellen gesprochen worden sind. Wir haben sie. Wenn Sie beim BMW fehlen, wir könnten noch ein paar liefern. Also das ist einfach der Produkthintergrund. Ich will das nicht groß erklären. Es geht darum, mit so einem Produkt können Sie die Kabel, die Sie da oben von links sehen, mit einer Leiterplatte verbinden. Die Fertigung ist bei uns relativ weit automatisiert. Wir haben ungefähr 150 von diesen Montageautomaten. Da kommen außen die Einzelteile rein. Sie sehen, diese kleinen grünen Teile rotieren und rattern irgendwie in dieser Maschine. Und am Ende kommen die Stecker fertig raus. Und wir haben in der Regel so einen Mitarbeiter, der einen so ein Montagebetriebsmittel bedient. Das bezeichnen wir als relativ hohen Automatisierungsgrad. Das Besondere ist für uns mit der Kata, wir haben einen Dreischichtbetrieb, in dem auch die Führungskräfte im Dreischicht wechseln. Wir haben einen wöchentlichen Wechselrhythmus in diesem Dreischichtbetrieb. Das stellt natürlich ganz besondere Herausforderungen an das Thema, wie kriege ich meine Lerngruppen zusammen. Und das werde ich Ihnen gleich noch ein bisschen zeigen, was wir da gemacht haben, was wir da gelernt haben. Wir hatten vorausgehend eine ziemlich große und umfangreiche Umstrukturierung. Haben praktisch sämtliche Führungsinhalte und Führungsebenen neu durchsortiert und neu ausgerichtet. Und das war natürlich insofern interessant, dass das im unmittelbaren Vorlauf zur Kata-Einführung lief. So hatten wir praktisch alle Bälle gleichzeitig in der Luft. Und Komfortzonen gab es überhaupt nicht mehr. Zum Hintergrund, wir haben die Kata in einer Montageabteilung eingeführt, mit in Summe 180 Leuten, für die wir 16 Coaches ausbilden wollten. Ziel war, dass alle Führungskräfte möglichst schnell Coach werden sollten. Alle Führungskräfte, bei uns ist das einfach von vornherein selbstverständlich und verknüpft gewesen. Wir wollen, dass unsere Führungskräfte einfach dieses Thema Kata perfekt können und Coach sind. Es wird also keine Führungskräfte geben, die keine Kata-Couches machen können. Kommen wir zum ersten Punkt, bevor es losgeht. Wie kann ich das Umfeld Führungskräfte auf so ein Thema Kata vorbereiten? Wir sind so angefangen und das war in der Zeit, als wir noch nicht wussten, dass wir Kata einführen. Das liegt ungefähr anderthalb Jahre jetzt zurück. Und das war die ganz kritische Bauchnabelschau. Wir haben uns mal gemeinsam geschlossen, vor den Spiegel gestellt. Und haben einfach mal eine Bestandsanalyse gemacht und haben gefragt, wo stehen wir? Was sind unsere Kernthemen? Und ich denke, viele davon kommen auch Ihnen bekannt vor. Indirekte Kosten sind zu hoch, internationale Wettbewerbsfähigkeiten. Naja, da wird schon ganz schön spitz gerechnet, dass man da noch seinen Platz findet. Sie müssen sich irgendwie mit asiatischen Wettbewerbern auseinandersetzen. Und da gibt es ganz viele Dinge, die Sie im Spiegel erkennen, die nicht mehr angenehm sind. Und der Vorteil, wenn Sie das mit all Ihren Führungskräften machen und sich dafür einen Tag einschließen, wir nennen sowas dann Leitungsforum bei uns, der Vorteil ist, Sie haben alle Mann an Bord. Und Sie haben ein gemeinsames Problemverständnis, bevor überhaupt erstmal irgendetwas mit der Ankündigung von Cutter losgeht. Sie haben wirklich alle an Bord und alle wissen, okay, also so dürfen wir jetzt nicht weitermachen, sonst gehen mal irgendwann die Lampen aus. Das ist wirklich ein schmerzhafter Prozess, aber im Nachhinein haben wir gemerkt, dass wir da unheimlich von profitiert haben, weil einfach diese Frage im Raum stand, wie geht es jetzt weiter. Und alle wollten etwas haben, weil wirklich alle Führungskräfte in diesem gesamten Bereich gemerkt haben, okay, es muss was Neues her. Also da stand die Sau nicht einfach vor dem Dorfseingang, sondern die wurde gesucht. Umstrukturierung hatte ich schon eben was zu gesagt, also auf allen Führungsebenen, auch Inhalte waren komplett neu. Und dadurch waren wirklich alle Bälle in der Luft, wir hatten Komfortzonen. Das war auch einer der Begleitaspekte, dass natürlich auch Führungskräfte sagten, ich habe jetzt jede Menge Probleme, wie soll ich die lösen? Da haben wir natürlich gesagt, okay, Cutter ist das Problem. Schon hatten wir Cutter-Themen für unsere Übungscoachings, en masse. Ein Punkt, wo Sie jetzt sagen werden, na, ist doch klar, dass man das macht, da möchte ich trotzdem drauf eingehen. Den Betriebsrat überzeugen und involvieren ist, glaube ich, einer von den Dingen, die Ihr Leben als Manager leicht machen können. Betriebsrat, ich habe extra nicht geschrieben, informieren, sondern überzeugen, das haben wir in drei Runden gemacht. Das erste war eine Runde mit dem Betriebsrat komplett. Der war noch relativ an der Oberfläche, aber es waren erstmal alle informiert, was soll mit Cutter passieren, warum brauchen wir das, warum machen wir das? Und da waren erstmal alle im Boot und kannten dieses Thema. Die zweite Runde war dann nur noch mit Betriebsratsmitgliedern aus unserem Verantwortungsbereich plus den freigestellten Betriebsräten. Und da haben wir mal drei Stunden investiert. Wir haben drei Stunden über dieses Thema Cutter, warum eigentlich, wo kommen wir her, wozu brauchen wir das, was ist da für die Mitarbeiter mit drin, warum wird das funktionieren, muss man davor Angst haben oder nicht. Da haben wir drei Stunden investiert und ich habe das heute noch im Ohr. Aber das endete mit dem Kommentar von einer Betriebsrätin, die sagte, das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Also wenn Sie den Stand dann erreichen, dann wird es einfacher. Und ich habe da nichts gesagt, was nicht stimmen würde. Einen Punkt habe ich vergessen zum Thema Betriebsrat. Dritte Stufe, wir haben einen Betriebsrat, der auch in unserem Bereich mitarbeitet, dazu bewegt und dafür gewonnen, diese Coaching-Ausbildung mitzumachen. Und das war, glaube ich, echt dann der Schlüssel zum Erfolg. Der war natürlich in allen Runden dabei, der ist mit in diesem Koordinationsteam mit drin. Der hat dieses Ding von der Pika auf mitgekriegt, der kannte alle Probleme, die wir hatten. Der hat die ganzen Anschläge, die wir irgendwo berührt haben, miterlebt. So gut wie dieser Betriebsrat, dass dem Gesamtbetriebsrat erklären konnte, was wir da tun, so gut hätte ich das nie hingekriegt. Also das war echt ein Brückenkopf, auf den ich mich da verlassen konnte. Und das hat einfach wirklich super funktioniert. Achso, einen Punkt hatte ich vergessen. Achso, gut. Ja, das wurde heute Morgen schon mal gesagt. Ich glaube, der Herr Kirchberger hatte das betont. Da habe ich nur gesagt, jo, und genauso habe ich das auch gemacht. Das funktioniert super. Sie müssen versuchen, die Leute zu überzeugen und nicht zu überreden. Das habe ich auch recht intensiv versucht, das zu tun. Und ich habe die Wahl, ob wir mitmachen oder nicht, einzeln abgefragt. Ich habe meine Abteilungsleiter gefragt. Machen Sie mit. Bist du dabei? Tragen wir das Ding ins Ziel? Ist das unser Ding ja? Halten wir das durch, so etwas täglich zu machen? Und da gab es durchaus unterschiedliches Echo. Und dann müssen Sie es eben auch aushalten können, wenn Sie sagen, okay, wir haben an dieser Stelle nicht alle Mann sofort von der ersten Stunde mit an Bord. Und wir starten einfach mit dem Teilbereich. Und den Leuten, so ist es bei uns dann auch passiert, wir sind mit denen gestartet, die gesagt haben, jo, und das Ding, das tragen wir gemeinsam. Weil Sie brauchen diese Unterstützung von dieser ersten Führungsreihe, weil da kommt genügend Wind von vorne. Sie können aber auch darauf vertrauen, dass das Thema Cutter stabil genug ist und die Zeit arbeitet für Sie. Wenn Sie erst mal irgendwo angefangen sind, das Ding bremst keiner mehr. Das ist meine Erfahrung. In diesem Unternehmen ist das jedenfalls so. Also Sie kriegen das Ding voran, da können Sie ruhig erst mal mit halber Besetzung starten. Das ist aus meiner Erfahrung kein Problem. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Wie kriegen Sie, wenn wir das Ziel haben, 15, jetzt sind es schon nur noch 15, weil uns einer von Bord gegangen ist, wie kriegen Sie 15 Coaches möglichst schnell ausgebildet? Wir sind im Juni gestartet und wir hatten natürlich null Coachings auf der Uhr und es ging los. Wir haben uns gefragt, haben wir da irgendwelche Hindernisse oder können wir losfahren? Wir hatten diese drei Tagesschulungen und am Tag danach sollte es losgehen. Wir haben gesagt, wir sehen keine Hindernisse, also der nächste Schritt, starten, kann losgehen. Und wir haben folgende Startaufstellung gewählt und hier kommt jetzt vielleicht ein Novum. Wir haben gesagt, das, was wir von Herrn Odinger mit auf den Weg bekommen haben, das müssen wir gleich hier am ersten Tag über den Haufen schmeißen. Und das waren diese festen Vierer-Lerngruppen. Wir haben gesagt, wir haben Dreischichtbetrieb und bei 16 Coaches im Dreischichtbetrieb können Sie sich die Verteilung vorstellen. Da kriegen Sie selten mal einen Termin mit vier Leuten hin. Und wir haben gesagt, dass Sie auf keinen Fall kriegen wir das über die gesamte Lernphase stabil gehalten, in festen Teams. Sondern wir fangen anders an. Wir machen diese Gruppenzusammensetzung tatsächlich jeden Tag neu. Das können Sie machen, wenn Sie eine Top, eine absolute Top-Sekretärin haben, mit einem Nervenkostüm aus blanken Stahlseilen. Dann dürfen Sie das probieren. Ansonsten würde ich Ihnen davon abraten. Ich hatte das große Glück und wir sind tatsächlich so gestartet, es hat echt gut geklappt. Die Prozessauswahl ist, glaube ich, typisch. Man sucht sich erst mal weniger erfolgsrelevante Prozesse aus. Und wenn es das Sortieren der Ablage ist, zum Start beim ersten Tag ist es alles gut. Wir haben also den Anschlag hier ziemlich nach links gelegt. Wir haben die Coaching-Frequenz vom ersten Tag an auf täglich gelegt. Keine Kompromisse täglich. Die Übungszeit war uns klar, wir müssen relativ viel investieren. Also ein Coaching dauert am Anfang eine halbe Stunde. Plus, ich muss ja in der Mentee-Rolle oder für die Mentee-Rolle auch noch selber was tun. Wir waren uns bewusst, wir müssen mit zweieinhalb zusätzlichen Stunden am Tag starten. So, dann kam der August. Mitten in der Urlaubszeit. Und wir hatten ein Hindernis. Nämlich der Servicegrad sank unter 90%. Und jetzt hoffe ich, dass der Herr Kirchberger nicht sagt, jo, stimmt, das habe ich gemerkt als Kunde. Aber Sie wissen, was in der Produktion los ist, wenn der Servicegrad sinkt. Klar, da sind natürlich alle unter Feuer. Und so war das bei uns auch. Wir hatten weitere Hindernisse. Nämlich, dass die Führungskräfte für die Mitarbeiter kaum noch erreichbar waren. Weil die hatten natürlich vorher schon die Schreibtische voll durch diese ganze Umstrukturierung. Und jetzt haben wir auch noch zweieinhalb Stunden einen Cutter am Tag gemacht. Und da haben die sich erstmal, weil das ja netter ist, mit ihren Rollen unterm Arm in irgendwelchen Besprechungszimmern verzogen. Und die waren für die Mitarbeiter von der Bildwäche verschwunden. Und die Mitarbeiter hatten ja auch nur noch neue Chefs. Und das hat schon ziemlich hohe Wogen geschlagen. Aber wir haben gesagt, okay, es wird wohl Zeit, diese zeitlich überbeanspruchten Führungskräfte irgendwie darauf zu reagieren. Weil wir auch das Risiko gesehen haben, dass dieses ganze Thema Cutter plötzlich so einen negativ Rutsch kriegt. Und das, was so als gelobtes Land versprochen wurde, da stellte sich für die Mitarbeiter jetzt raus, jetzt ist ja ganz der Ofen aus. Jetzt sehen wir ja gar keinen mehr von denen. Das hatten wir denen zwei Zelt, was Cutter ist. Das konnten die aber nicht verstehen, weil sie es natürlich nicht erlebt haben. Ja, also haben wir gesagt, was machen wir machen. Nächste Schritte. Wir müssen die Prozessauswahl auf jeden Fall in Richtung Realthemen. Also nicht mehr Ablage sortieren, sondern wenn wir Zeit bei den Werkstattleitern, die ja an der Front mit den Mitarbeitern stehen, wenn wir denen das Coaching schneller ermöglichen wollen, dann müssen die an den Themen arbeiten, die tatsächlich auf ihrem Tisch liegen. Und nicht mehr so Übungsthemen. Das war also der erste Schritt, dass wir gesagt haben, wir passen mal die Prozessauswahl an. Es geht in die Realthemen rein. Übungsthemen sind ade. Wir hatten die auch schon. Sie sehen es oben. 24 Coachings pro Nase im Schnitt auf der Uhr. Der zweite Schritt war, den habe ich wirklich nur mit Zähneknirschen gemacht. Wir haben tatsächlich dann in der Haupturlaubszeit für die Leute, die ja dann auch jeweils noch einen vertreten mussten und in diesen neuen Teams gearbeitet, da haben wir dann tatsächlich nach drei Wochen Diskussionen irgendwann gesagt, okay, wir setzen das tägliche Coaching für fünf Wochen komplett aus. Und wir gehen damit mit der Coaching-Frequenz wirklich auf null runter. Das war keine leichte Entscheidung. Da habe ich lange mit den Kollegen gerungen. Aber es war notwendig, weil sonst wäre uns das Ding wirklich auf der Mitarbeiterseite draußen in der Hand explodiert. Einen Monat später hatten wir ein neues Signal. Servicegrad war das alte, also die hatte sich immer noch nicht erholt. Es war immer noch ziemlich ein Dampf in der Bode. Aber die tägliche Zielübungszeit wurde immer noch um eine bis anderthalb Stunden überschritten. Also wir waren immer noch in diesem zweieinhalb Stunden zusätzlichen Modus. Und die Beschwerden der Mitarbeiter hatten sich natürlich nicht am Ende des Urlaubs in Wohlgefallen aufgelöst, sondern die waren natürlich immer noch da. Und da waren immer noch Mitarbeiter, die gesagt haben, ich habe jetzt einen neuen Chef gekriegt. Ja, den habe ich aber immer noch nicht gesehen. Und wir waren einfach echt genötigt, hier uns was einfallen zu lassen, um die Cutter, danke, noch fünf oder bin ich schon fünf drüber? Noch fünf. Zum Glück. Gut. Also wir müssen uns hier was einfallen lassen, um einfach die hohe Motivation der Führungskräfte aufrechtzuerhalten und ihnen zu ermöglichen, das in ihrem Tagesgeschäft unterzubringen. Und zweieinhalb Stunden zusätzlich am Tag geht auf Dauer nicht, wenn der Schreibtisch schon übervoll ist. Der nächste Schritt war, dass wir gesagt haben, okay, wir sparen Zeit, wenn wir diese Lerngruppen nicht mehr täglich neu zusammenstellen, wir sparen die Zeit, die sie brauchen, um einem neuen Coach erstmal ihren Prozess zu erklären, bevor er sie coachen kann. Also haben wir gesagt, wir gehen auf wöchentliche Zusammensetzung und setzen damit praktisch die Gruppenzusammensetzung auf wöchentlich fix. Wir haben dann einen Schritt gemacht, wir haben für die Schicht ungebundenen, also wir hatten ja Führungskräfte, die in der Schicht wechseln und Leute, die in der festen Frühschicht arbeiten. Wir haben dann gesagt, wir sparen Zeit, wenn wir die Vierergruppen, die eigentlich als ideal gelten dürfen, auf drei reduzieren. Ein Coaching weniger heißt, statt zwei Stunden sind es anderthalb. Wir haben das reduziert. Und wir haben noch einen Schritt weiter abgespeckt, wir haben für die Führungskräfte, die in dem Dreischichtwechsel arbeiten, zweier Gruppen gebildet, zweier Lerngruppen. Das heißt, die beiden können eigentlich in 40 Minuten mit dem Thema Coaching durch sein, weil sie sich nur gegenseitig einmal coachen, einmal pro Tag allerdings. Damit die nicht ganz ohne Feedback nach Hause gehen, haben wir denen einen reinen Coach-Coach an die Seite gestellt, der natürlich an dem Tag keine Punkte sammeln konnte, weil er wirklich nur in dieser Coach-Coach-Funktion unterwegs war. Wir hatten auch ein paar Coach-Coaches, das waren nämlich die, die in dieser Haupt-Sommer-Urlaubszeit diese fünf Wochen nicht ausgesetzt haben, weil sie nicht in diesem Schichtrhythmus arbeiten. Da haben wir gesagt, wenn wir die jetzt einsetzen als Coach-Coach, dann können wir die anderen, um die es uns eigentlich geht, nämlich diejenigen, die als Werkstattleiter an der Front arbeiten, dann können wir die relativ schnell wieder aufholen lassen. So war es praktisch möglich, dass wir die Coaching-Frequenz nach diesen fünf Wochen Urlaubszeit wieder täglich raufgesetzt haben und wir haben die tägliche Übungszeit das erste Mal in Richtung Zielübungszeit runtergefahren. Und damit hatten wir volle Akzeptanz bei den Werkstattleitern, die alle gesagt haben, Kader ist super, ich weiß nur nicht, wie ich es umsetzen soll. Und bei einer Stunde, da haben sie gesagt, und wenn wir da hinkommen, dann sehen wir die Möglichkeit, dass wir das Ding auch lang durchziehen. Also das war ein entscheidender Schritt. So, dann hatten wir, jetzt muss ich ein bisschen Dampf machen, Sie können sich vorstellen, dass das Thema Mitarbeiterakzeptanz immer noch eins von inneren Hindernissen war. Wir haben gesagt, jetzt gehen wir mit der Prozessauswahl mal komplett weiter rüber in Richtung Erfolgsrelevanz, weil wir müssen jetzt ran an die echten Prozesse. Mit 45 Coachings kann man sich doch rantauen, das klappt. Und wir haben dann gesagt, okay, damit die Mitarbeiter wirklich verstehen, was wir hier tun und wofür wir die Zeit investieren, die wir den Mitarbeitern im Moment vorenthalten, wir müssen die Außenwirkung, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, richtig in Richtung unmittelbar rüberschieben. Das heißt, wir müssen mit den Übungsthemen raus in die Werkstatt und wir üben unter den Augen unserer Mitarbeiter, damit wir dann ein höheres Verständnis haben. So sieht es inzwischen aus, ganz kurz, die kennen Sie alle. Durchschnittlicher Mehrbedarf, wir hatten ja gesagt, in den nächsten 100 Anwesenheitstagen, von Anwesenheitstagen, da ist ein bisschen Urlaub, können Sie dazu rechnen und vielleicht noch mal eine Krankheit, eine Woche und vielleicht noch Weihnachtsurlaub. Und dann hatten wir uns das Ziel gesetzt, wir wollten am 31. Januar durch sein, jetzt kann man hier sagen, wir werden mit 17 Tagen durchschnittlichem Mehrbedarf tatsächlich dort ankommen und diese 17 Tage sind zum Großteil tatsächlich in dieser Unterbrechung dieser Haupturlaubszeit begründet und wir werden unseren letzten Coach, Coach nach zusätzlichen 21 Tagen Anwesenheit wirklich ins Ziel bringen. Fazit, tatsächlich, Coaches in 100 Anwesenheitstagen auszubilden, selbst im Dreischichtbetrieb geht. Wenn ich Ihnen eine Empfehlung mit auf den Weg geben dürfte, würde ich sagen, probieren Sie es nicht unbedingt vier Wochen, bevor die Sommerferien anfangen und dann warten Sie lieber, bis die rum sind. Ja, ist deutlich einfacher, da haben wir echt geschwitzt an der Stelle. Das Thema Terminkoordination für wechselnde Lerngruppen hatte ich eben angesprochen. Das darf man und das kann man nicht unterschätzen. Da ist jeden Tag irgendein neues Thema da, dass einer, der eigentlich geplant war, nicht kann und nicht konnte und nicht kommt oder krank geworden ist, da müssen Sie super flexibel sein. Die Empfehlung wirklich aus unserer Erfahrung ist, diese wöchentliche Zusammensetzung der Lerngruppen, die funktioniert. Ich denke, die werden wir durchziehen, bis unsere Trainingsphase in diesem Bereich vorbei ist. Und die Lernerfahrung bei diesem ganzen Thema war die, dass wir sicherlich ein Risiko eingegangen sind beim Thema Reduzierung von Feedback. Typischerweise haben wir zwei Coach-Coaches in den Lerngruppen. Wir haben dann aber in den ersten Wochen schon gemerkt, dass dieses Feedback von den zwei Coach-Coaches sich doch relativ, wenn die Gruppe sehr stabil ist, relativ schnell annähert. Weil die auch ein gemeinsames Interesse haben, relativ schnell fertig zu werden. Dann ist das einfach, natürlich ist man sagt, ja, das sehe ich auch so. Und die geben sich ja auch immer nur dasselbe Feedback. Aber durch diese wochenweise neue Zusammensetzung mit nur einem Coach-Coach haben Sie jede Woche neue Personen. Und Sie kriegen von einer komplett neuen Richtung dann Feedback. Zwar nur von einer Person, aber jede Woche neue. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus kompensiert es dieses Manko, dass man wirklich nur eine Person hat. Wir haben da gute Erfahrungen mitgemacht und ich glaube, es funktioniert sehr gut und wir werden wohl unsere 100 Tage im Ziel so erreichen. Ja, damit komme ich zum Ende meines Vortrags. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.